So Leute, jetzt kommst du in der neuen Folge und ich nehm diese Folge genau nach dir, Folge auf, die ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, wenn nicht, guckt ihr euch an. Ja und wir, ich geh erst mal da unten hin, weil da ist ein fresher Heli, irgendwann nicht mehr, also diese Just Cause Folgen. Ich weiß nicht, ob ich davon zwei in der Woche rausbringe, weil, ja eigentlich zwei müsste ich auf jeden Fall schaffen, weil ich muss die nicht mal schneiden, aber komm. Oh der Typ, halt jetzt. Nicht wirklich schön, oder? Unser geliebter General sah das auch so, deswegen wurde es komplett entfernt. Naja, zum größten Teil. Kein Grund zur Sorge, zum Glück ist alles völlig normal, wenigstens für euch alle. Äh, wie war Medici? Ja, alles normal. Doch, ich war gut helfen. Haben wir das Teil hier schon eingemmern? Ja, oder? Ja, vor allem doch alles. Na gut, da ist ein Turm. Stirb, Turm, stirb. Ja, ich bin Master Schütze. Alter, vorne, Master Schütze. Und ich mach jetzt dieses Essen geschildt kaputt. Hallo? Genau so. Ja. So hat ich das vor, egal. Steht schon, ja, nee, wieder. Okay, guck euch, du bist, hör dir, kann ich mal fliegen. Ja, aber Leute. Ja, aber Leute. Ich muss sie nicht von vorn in der Hand triff. Aber, ist aufgeladen, ist aufgeladen. Ist aufgeladen. Ja, nee, ist aufgeladen. Dann machen wir noch mal diese Messer-Tanker da. So, so. Und dann hat er immer wieder schön. Und jetzt darf man nicht sein. Das muss man dann nicht heben kann. Und das kannst du mich, sag ich mal einschilen. Da hab ich arbeite. Alter, ist der langsam. Waaah, immer wieder schön. Ich hab huste aufgeladen. Autoチ GTL immer hier hin sie sind auf dem Haus ist gehalten machen wir hier machen kommen dann hallo wir machen Alter Alter, ist ne Granate. Ja, komm her. Komm her. You're fine. Äh, no. Habt ihr gesehen, wie der so nach Twitter so gegangen ist? Das ist echt ein Hässiges. Alter, wo geht's denn? Ich dachte, wenn man so ein Hässiges durchkommt, meine Fakt macht der Wind. Oh, ich bin Sleave und mag mein Job. Und jetzt ist mir gewollt, ich diese Tür. Alter. Okay, ne Tankstelle. Au. Ey, ich wollte gerade den Tankstelle angucken. Nein, holt sich nicht Verstärkung. Alter, da wird's. Alter, wo kommen die denn alle her? Ja, und... Ich komme einfach von hier drin. Wir schicken euch Verstärkung. Also meine Drucken, ey. So, hier haben wir wieder ein bisschen Zeug. Haben wir uns gemacht offen. Ja, hier kommen auch immer mehr, Alter. Da haben wir noch einen dummischen Wrestling-Log. Was haben wir für eine scheiß Maske? Jo, hier stehen nur noch welche Seite wählt. Macht sie doch mal tot. So, hier. Der Boss muss erstmal... Und jetzt hießen wir noch mal die Flagge und dann am Bauschum-Klebesdorf eingenommen. Oh, ich muss sagen, ich will ja... Ich bin ganz schlimm. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Egal, einmal gegenschlagen. Und Flagge hieß... Hieß die Flagge, mein Frau. Drei Minuten ist das Video schon okay. Ja. Gut. Krasse Folge auf jeden Fall. Oh. Der hat dann gleich geschossen. Alter. Der schießt. Die sind nicht von uns. Die wird nicht geschossen. Frieden geste... Uff. Was? Willst du Kampf? Willst du Fight? Uff. Oha. Ich bin zerfleischt. Okay. Zeit für ein bisschen Action, Leute. Wir müssen gucken, weil wir sind nicht so laut. Rico Rodriguez und die Kämpfer der Rebellion haben Laguna del Sol befreit. Und er stützt die Revolution, wo ihr könnt, meine Freunde. Ey, du. Hol mal Verstärkung. Verstehst du? Ja, genau so. Oh, jetzt kannst du sterben. Leute, wir machen jetzt mal ein bisschen Action. Leute, jetzt gehen wir mal auf diesen hässlichen Turm. Gehe Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Oh, hier ist schon besetzt. Gehe Zentrale. Oh, boom, Alter. Instant down. Da ist auch keiner. Und hopp. Fang. Ball. Fang. Ball. Wow. Oh, ist das toll. Wollt ihr verstärkt? Der hat alle getötet. Ich lage. Haben wir ihn verloren. Bitte kommen. Was war das? Der Hex wird jetzt noch alles. Wir müssen uns neue Freunde holen. Warte. Was war das? Okay. Okay, Leute. Wir müssen uns neue Freunde holen. Och, bin ich gut. Oh. Das war Schicksal. Hier ist ein Trecker. In der rote Trecker-Fahrer. Juhu. Juhu. Scheiße, ist das langweilig. Alter, wer hat das denn davon? Oh. Das ist ein perfekter Parkplatz. Psch. Psch. Viel besser als Jesus. Kann er easy rüber. Sogar schneller. Alter, ist das hier groß. Holy shit, ist das big. Das nehmen wir auf jeden Fall nicht in dieser Folge an. Aber. Wir können das hier schon mal programmieren. Ein bisschen für Action zu sorgen. Ja, das, wir haben viel geschafft in dieser halben Folge. Wir haben ganzes Dorf einfach mal so. Bin ich zufrieden. Und jetzt guck ich mal, was die hier für Waffen haben. Hi, Leute. Normaler Bürger von Firma. Ja, sind die hier für Waffen. Ihr habt hier keine Waffen. Das kann ich auch. Die sind wir hier drauf. No, ja. No, ja. No, ja. Action, action. Coole Folge. Alle liken. Und Abo. Abo de mor. Ist gratis. Nur heute. Nicht mehr morgen. Nur heute ist gratis. Oder ich? Da war wieder mal scheiße. Das ist sehr gut. Alter, ist hier viel. Alter, hole ich jetzt mein Rocket Launch raus und launch die Rockets. Boom, hat nichts gebracht. Boom, hat voll was gebracht. Boom, der da oben hat 40 Stunden. Oh, der ist runtergesprungen. Ja. Aufgeplanscht. Rocket Launcher regelt. Aber jetzt kommt hier die Granada. Und? Hat scheiß Arbeit gemacht. Alter, du sollst da rein. Oh, das war. Boom, Rocket Launcher regelt. Und da beide? Oh, ich bin ganz schnell. Oh, ich bin nervoso. Oh, du bist mal da. Oh, du bist. Oh, der Ton explodiert. Oh, der Ton explodiert, worum auch immer. Hä? Wer greift mich an? Ich sehe nichts. Büsche. Büsche. Alter, geh auf doch. Kack. Als ob jetzt ein Schuss gereicht hat, um das zu schaukeln. Alter, kann ich auch brennen? Boom, Rocket Launcher. Hä? Oh, der hat auch noch ein Schuss gebraucht. Ja, ja, ja. Oh. Was ist jetzt los? Alter, alter. Und dann haben wir runtergefallen. Ah, ich stürme die BASE. Au. Au. Und du hast daneben geschossen. Ist ein Idiot. Ist gefeuert. Hi. Oh. Was wollte ich jetzt nicht? Nein, der witzig. Ah. Sie bestätigt. Schicke Marineeinheit. Ah, ne Marineeinheit. Mit Marineeinheit. Ah, 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 ah. Scheiße, die macht einfach gar nichts. Ja, alter. Boom. Wegschark. So, jetzt kommen wir hier. Oh ja, am Fluchtweg. Passt aus. Boom. Probieren wir jetzt den Tobi ein. So, einmal. So, einmal. Immer schön für sie. So, und jetzt go. Los. Ach, das wäre richtig. Zack, zack. Go, go. Mach hier einfach alles schrott. Alter. Oh, warte mal. Krass. Hä? So, was? Was? Oh, oh. Oh, wow. Hä? Was hab ich das nächste gebracht hat? Diese dünnen, gestrückt. Ich hab mich da schon wieder. Ja, moin. Du stehst hier und kannst mich nicht mehr töten. Das ist echt traurig, alter. Genauso wie das gerade. Dieses Schiff ist auch echt traurig. Es macht ja nicht mal was. Aber es hat so eine fette Karune vorne drauf. Macht nie was. Das weiß ich nicht. Ich geh da jetzt hin. Ich störe das Ding. Oh, cool. Ey. Oh mein Gott. Das Schiff. Wow. Alter, guck mal, Barsch. Guck mal, ich kann springen. Oh, kriegst du mich nicht. Ja, it's a prank, Junge. Oh. Na, guckst du mich an? Guck mal hier. Schwuppdiwupp. Keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Alter, schieß mir in die Fresse gleich. Alter, der Typ da drin, der guckt so komisch. Alter, was ist das? Hä, was ist das denn? Hö, wer bist du denn? Flugabfängerung. Alter, wir brauchen die... Alter, ich komm da nicht hin. Ich kann da nicht raus. Leute, ihr seid safe. Oh doch, jetzt. Ja. Hey, bin du mal raus hier. Ich muss hier fahren. Hui. So. Pew. Pew. Alter, Leute. Easy win. Oh, easy. Alter, bin ich Boss. Ja, so muss ich das machen. Ja, da muss ich das wollen. Und dann löscht er wieder den Anfang und... Alter, wie weit bin ich denn gefroren? Da sind Waffen. Und da ist ein Idiot. Alter, hier ist wieder Dose-Granaten-Werfond, der ist richtig schlaß, auch wenn der Wermolition hat. Wir gehen auf die andere Seite. Sack, das holen wir doch. Und das holen wir. Das holen wir. Und dich holen wir nicht. Du bist noch da. Oh, alter, der hat sich mal müssen schon. Und... Oh. Und... Leider. Es tut mir leid, weil du heute... Ich muss gleich die Frage, ob ich bin. Ich glaube, ich würde es dann hier so ein Spy-Folgen machen. Also, wo wir dann die Base weiterhören. Ich gehe mal kurz ein bisschen weiter weg. Alter, hier sind die überall. Die Base. Und ich würde einfach sagen, was war es mit der Folge? Ich hoffe, die hat euch gefallen. Und... Ja, ich werde jetzt gleich... Oh, fuck, fuck. Ich werde gleich abgeschossen. Äh... Ich hoffe, ich hätte die Folge gefallen. Das Like und Abo würde mich richtig freuen. Ja, das ist eine Bewertung. Nette Kommentare. Und nächste Folge werden wir diese Riesen-Base... Die sind mit dem Kopf auf dem Weg. Äh... Habt ihr mich gerade abgesetzt? Äh... Wir werden auf jeden Fall... Die Base weiterhören. Und... Tschau, Leute.